So, hier haben wir Gears of War 4. Mal schauen, was das ist. Und ein neuer Saga beginnt. Und zwar kenne ich schon alle 3 Vorfolger. Die habe ich schon alle durchgamed. Zur Zeit können wir spielen, lokal. Sehr gut. Oh, was haben wir denn da schon? Ein Stückchen. Oh, und sogar ein Downloadcode für die anderen Games. Gears of War, Gears of War 2, Gears of War 3 und Gears of War Jogonaut. Genau. Nice Sache, nice Sache. So sieht die aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und Abonniere nicht vergessen. Bis dann... ...